Fakten Servus Leute, willkommen zu meinem Kanal iGorilla Heute ein neues Video, wieder mal über Fakten Dieses Mal sind es Fakten aus dem Tierreich Davon hatte ich zwar schon ein Video, deswegen mache ich hier einfach die Fortsetzung davon Und da fangen wir am besten gleich mal an Tauben können Bilder von Monet und Picasso am Malstil unterscheiden Greifvögel können ultraviolettes Licht sehen Mäuseurin reflektiert dieses Licht Jetzt aufgepasst Die giftigste Schlange der Welt, der australische Inland-Taipan Könnte mit einem bis 250.000 Mäuse oder 44 Menschen töten Der Koala ist das faulste Tier der Welt Er schläft bis zu 20 Stunden am Tag Ein ausgewachsener Oktopus zwängt sich mühelos durch das Loch in der Größe eines 2 Euro Stückes Königspinguine können bis zu 535 Meter tief tauchen Ein Kamel kann in 15 Minuten unglaubliche 200 Liter Wasser trinken Tintenfische können die Farbe ihrer Umgebung annehmen, obwohl sie farbenblind sind Elefanten wachsen ihr ganzes Leben lang Ameisenbären fressen deutlich mehr Termiten als Ameisen Also Termitenbären Die Küstenseeschwalbe fliegt jedes Jahr ungefähr 40.000 Kilometer Von der Arktis zur Antarktis und wieder zurück Krokodile fressen Steine um so tiefer tauchen zu können So Leute das war's mal wieder Es ist leider ein recht kurzes Video geworden Trotzdem habe ich meine 12 Fakten untergebracht Danke fürs Zuschauen Ihr könnt das Video natürlich wie immer gerne auf Facebook oder sonst irgendwo mit Freunden teilen Und wenn es euch gut gefallen hat, gebt doch bitte ein Daumen ab ektor Krokodile fressen Steine Krokodile fressen Steine Krokodile fressen Steine